nichts geschieht ohne grund und nichts geschieht was nicht geschehen darf ich schaue mir die schlimmen bilder an schlimme bilder von menschen die nicht mehr da leben können wo sie gelebt haben besser gelebt leben kann man das nicht nennen aber wo sie wirklich in einer sehr schwierigen fürchterlichen situation gewartet haben womöglich darauf gewartet haben bis sich etwas ändert sie wissen wovon ich rede ich rede von den bildern aus griechenland von der insel haben diese menschen das selbst gemacht haben die menschen womöglich selbst dafür gesorgt dass sie in diese situation hinein geraten es kann sein dass sie nachgeholfen haben ja und einige werden sagen ja sie haben ja selbst dafür gesorgt dass sie in diese situation hinein kommen aber weshalb haben sie dafür gesorgt das leben ist nicht gerecht absolut nicht gerecht und mir tun diese menschen unglaublich leid besser gesagt ich habe sehr viel mitgefühl mitgefühl aber nicht mit leid ich leide nicht mit ihnen ich habe mitgefühl und natürlich muss sich da etwas ändern und natürlich muss sich da auch schnell etwas ändern vor der winter kommt denn der winter ist auch auf diesen inseln recht kalt und die sanitären bedingungen sind natürlich fürchterlich und einige sagen jetzt einige zuschauer ja aber es ist ihr eigenes problem dass sie überhaupt gekommen sind und womöglich sind die sanitären bedingungen besser als da wo sie herkommen und 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 das ist keine ausrede überhaupt nicht wir sind alle menschen und das sind unsere brüder und unsere schwestern aber jetzt kommt das aber wir bürger wir menschen haben diesen menschen das nicht angetan oder doch es gibt auf dieser erde einige menschen mit sehr viel macht einige in regierungspositionen die dafür sorgen dass es weltweit immer mehr unordnung gibt ich drücke es mal ganz vorsichtig aus unordnung gibt nichts was ich produziere will ich auch einsetzen ich möchte alles was ich produziere irgendwann auch nutzen das ist ein ganz einfaches prinzip und das ist eine ganz einfache marktordnung und wir haben eine sache auf dieser erde sie erinnern sich an die 80er jahre wir hatten da streit zwischen westen und einem großen großen land da hien diese eine sache die man produziert hat aber niemals einsetzen möchte nur zur abschreckung soll sie dienen die hien wie so ein damokless schwert über die erde über die gesamte erde und diese sache ist nicht weg ich nenne es absichtlich jetzt nicht beim namen sie ist nicht weg dieses damokless schwert ist nicht weg und viele andere solcher dinge die produziert wurden angeblich nicht um einzusetzen sondern nur um für frieden zu sorgen um dafür zu sorgen dass menschen unter kontrolle gehalten werden können sie wurden und sie werden eingesetzt und sie wurden und sie werden eingesetzt in ganz bestimmten ländern wo dann ein großteil der bevölkerung weggegangen ist aus diesen ländern weil es kaputt weil die länder kaputt sind ja nicht das ganze land ist kaputt nicht die ganzen länder sind kaputt aber teilweise bestimmte regionen und man verspricht ihnen kommt zu uns und hier geht es euch besser nicht die bevölkerung verspricht ihnen das nein natürlich die regierungsleiter womöglich steckt da system dahinter es sind auch sehr viele menschen da aus afrika afrika läuft gerade leer wenn man so will sind nach wie vor sehr sehr viele menschen aber sehr viele wollen das land verlassen es wird sogar werbung dafür gemacht das land zu verlassen und dann habe ich das land für mich kann ich dort mit hilfe großer konzerne ganz 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 große agrarflächen anlegen was jetzt schon gemacht wird viele einfache bauern verlieren ihr land es wird ihnen einfach abgenommen sie werden einfach vertrieben dann haben die tiere die sie hatten nicht mehr genug zu essen sie verhungern dann wird den menschen erzählt ja das liegt alles am klima natürlich nicht es ist alles ein system es ist alles ein system welches ich wollte sagen menschen unfreundlich ist aber es ist nicht nur menschen unfreundlich es ist unfreundlich der gesamten erde gegenüber es dient den interessen einiger weniger und deswegen und da wollte ich ja hin wollte ich ihnen hiermit sagen natürlich sind diese menschen die dort ihr kleines bisschen hab und gut was sie noch hatten was meistens in zwei plastiktüten passt oder in einer großen reisetasche natürlich sind diese menschen in genau der gleichen situation in der wir sind ja okay wir haben womöglich ein haus wir haben die kleiderschränke voll wir haben die schränke voll mit lebensmitteln wir haben ein auto vor der tür wir können noch in urlaub fahren sie sind in genau der gleichen situation denn glauben sie mir es wird gerade daran gearbeitet das ist meine persönliche meinung dass sich alles in die richtung entwickelt dass mehr und mehr menschen in diese situation hinein geraten auf kosten der menschen sich bereichern Kontrolle bekommen es sind milliarden menschen auf dieser erde und die kontrolle wird immer größer jetzt kann man sagen und das wird ja auch propagiert in den massenmedien wir sollen diese menschen alle aufnehmen theoretisch könnten wir diese paar menschen aufnehmen es sind ja auch nicht so viele es sind ein paar zehntausend kann man aufnehmen kein problem die reichen länder müssen sie aufnehmen nur das problem ist diese reichen länder sind längst nicht mehr so reich wie uns das erzählt wird diese reichen länder haben extrem viele schulden und die menschen in diesen reichen ländern haben sehr viele schulden und viele haben keine arbeit mehr kein einkommen nicht einmal mehr die möglichkeit für sich selbst zu sorgen und werden abhängig von unterstützungen es geht nicht um diese paar tausend menschen die man jetzt aufnehmen will es geht um das system es kommen immer mehr woher kommen sie es ist ein system es geht um das system es geht um den plan eigentlich könnte man diese menschen zurück in ihre länder bringen nicht schicken bringen mit schiffe mit autos mit gut ausgerüstete reisebusse bringt man sie zurück in ihre länder und hilft ihnen damit sie dort diese länder aufbauen die wirtschaft dort wieder aufbauen und dort wieder dafür sorgen dass es ihren kindern und ihrer familie in dem eigenen land gut geht jeder möchte am liebsten in seinem eigenen land leben mit den menschen und bei den menschen mit denen sie aufgewachsen sind und wo sie sich wohlfühlen wo sie die bäume und die sträucher kennen und wo sie auch wissen da eine ecke da ist der metzger und da eine ecke da ist der lebensmittelladen und da gehe ich hin wenn ich hilfe brauche natürlich will jeder das keiner verlässt freiwillig sein land aber es wird ihnen nicht angeboten es wird den menschen nicht angeboten zurückzugehen in ihr land wo sie eigentlich zum teil jetzt wieder leben könnten wo ist die entwicklungshilfe geblieben übrigens das war mal ein riesen thema in den 70er 80er auch in den 60er jahren entwicklungshilfe ich höre nichts mehr über entwicklungshilfe da hat man menschen geholfen in ländern in denen es schlechter ging damit sie dort vor ort etwas aufbauen und damit es ihnen auch gut geht ja wir hatten natürlich den großteil des ganzen aus welchen gründen auch immer entwicklungshilfe könnte auch jetzt wieder ein riesen thema sein stattdessen versucht man uns zu erzählen dass es am besten ist wenn all diese menschen denen man dort damals geholfen hat denen es schlechter geht als uns dass die jetzt zu uns kommen können und junge leute kennen es kaum anders sie denken die lösung ist die diese menschen zu uns zu holen und hier zu helfen es ist keine hilfe für niemanden es ist ein plan und wie gesagt das ist meine persönliche meinung es geht nicht um menschen es geht um ganz andere dinge und das muss uns klar werden und ich bin davon überzeugt dass jeder jeder mensch ein gutes herz hat bei einigen ist dieses gute herz wie ich das schon so oft gesagt habe mit decken umhüllt da liegen so viele decken drauf dass man das licht nicht einmal mehr sieht aber letztendlich hat jeder mensch ein gutes herz und einige lassen sich jetzt von den bösen kräften in ihre fänge ziehen und tun etwas was nicht gut ist für die menschen und auch nicht gut ist für die erde auch nicht für die tiere und für das weiterleben für das fortleben das muss uns einfach deutlich werden überlegen sie schalten sie den eigenen menschenverstand ein schalten sie ihr herz ein und hören sie auf ihre seele was die ihnen sagt und dann überlegen sie was die lösung ist für dieses problem die ist eigentlich ganz einfach so 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 Vielen Dank.